Ja, guten Morgen, lieber Herr Bürgermeister, herzlich willkommen. Wie ist dein Wettbewerb nach Heldenlage abgegeben und weiterfahren? Nein, ich wollte ihn eigentlich nicht unter den Wettbewerb sagen, unter den Wettbewerb. Nein, ich wollte ihn nicht unter den Wettbewerb. Ich wollte ihn nicht unter den Wettbewerb. Aber ich wollte ihn nicht unter den Wettbewerb. Jetzt wird die verstellbar ist. Ich starte frei für dieses Unterkontakt. Mit dem meine Begeisterung für die stockische Fahrzeuge angefangen hat. Weil ich hatte den ja als Festsport. Start frei! Und wir bleiben hier. Sonst wären sie nicht groß genug. Wir hatten ja noch keine Scheibenbremse. Wir sind immer noch gerade in den Jahren 1930. Da könnt ihr sehen, wie die Autos... ...die Autos sind hier bei Zeit. Wenn wir immer... ...und kurz immer Aufwand vor, wenn ich nicht im Boot bleibe. ...dass die Autos sind hier. Oh, das rauskommt. Ich bin auch noch mal den Boot da anzustellen. Ich muss den Boot eingeholt haben, wenn ich da. Und das sagt, ja noch! Und so denkt man immer... ...und das Schreisendaten kommt. Hier die ganzen ganzen fetten Daten von dem Tourismus stehen. Wo ist er noch noch mit dem Auto? Das funktioniert wie heute, die Rekordik. ...mit diesem ordinalen SS-Opern, jetzt wollte er alles, um die hier, und aus dem Land der Jaguar SS-100, der Mercedes-Benz 290... ...mit diesem ordinalen SS-100, der Mercedes-Benz 290...